Was sagt man denn dazu? Um diese Zeit schon so viele Leute da? Auf dem Montag? Hallo, schönen guten Abend. Ich stelle sofort um. Moment. Ich grüße euch ganz herzlich zu einem spontanen 19.30 Uhr am Montag-Rate. Ist ja gerade eine winkende Hand hinten gewesen, nein, wahrscheinlich nicht, ne? Also herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Musik ist ein bisschen laut. Heute mal wieder Planet Coaster. Ich hatte mal irgendwie so spontan, als ich auf Arbeit saß, irgendwie Bock bekommen und hab gedacht, ich musste doch eigentlich mal wieder Planet Coaster weitermachen. Weil da gibt es ja so einiges zu bauen. Da hat sich auch schon wieder ein ganz bisschen was getan. Ich werde dich beobachtet. Nicht hingucken, Leute. Nicht hingucken. Ich werde gerade beobachtet. Und ich sage Moin Moin an Pia, an Danny ist da. Sehe ich gerade. Snippels auch. Moin, Tagchen. Hallo. Die Hand im Hintergrund habt ihr gesehen. Hallo, Mann, hat dich gesehen. Wir wollen nicht darüber reden. Heute ein eventuell besonderer Stream. Wie gesagt, einmal Planet Coaster so oder so. Und ich schaue mal, wir sind, ich versuche heute, vielleicht schaffe ich es auch mal gucken, auf 700 Follower zu kommen. Wir sind bei 686. Ich denke, das sollte doch möglich sein heute Abend. Schauen wir mal. Ja, also ich habe das Spiel schon mal geladen. Jetzt gucken wir auch gleich mal eben rein. Ich habe gerade das Gefühl, dass die Musik ein bisschen anbrüllt. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Mach ich mal so auf 10 Prozent. Das müsste eigentlich reichen. Lumi, guten Abend. So, dann stelle ich mal eben um auf mein richtiges Bild. Da ist es auch schon. Und ich habe es wieder ein bisschen angepasst noch. Das Logo oben rechts habe ich etwas.